Ich wollte das so alles So hallo mein name ist kontra und willkommen zum kanal So den stream in diese Gemeinde schicken damit auch ich diese Zuschauer habe Hä? Keine Verbindung? So, was machen wir jetzt? Hallo, sonst wird's zocken, was würd ich jetzt mal brauchen? Na was? Aus-Party, Randa Aus-Party ist immer gut So oder so ähnlich Ja, ich kollabiere gleich Oho Warte für mich Was sagt ihr? Leith Ach, schönen Moko Tukuma Oh Das 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 so so Auf geht's meine Freunde in der Sonne Wünsche mir schwerstens Jedem am Herzen ans Herz legen So So Cooler Muck, danke schön CJ Willkommen im Stream, CJ Wie geht's dir? Schöne Mucke Schöner Stream, schöner Mann Willst du laut? Ich geh Tano Ah Ja, oh Mann Warte, ich muss kurz links reinruhen Da kommt CJ nicht rein Warte, er soll auch reinkommen Ah ja, mal Fresszeiten Ist alles gut von der Lautstärke Dorn? Schalt mal rein Kann man sich mit der Lautstärke zufrieden geben Wie ist es? Yes Ich bin eigentlich Ich bin gleich falsch abgebogen Alter, was soll ich hin, Digga? Wie ist es? Ich bin eigentlich Ich bin ganz ehrlich Ich bin ganz ehrlich Lass es da rein Küsst bei uns in Hille Was ist denn ein Laden denn? Wo kaufst du die? Nesche Laden oder Rewe Oder wo kriegt man das? Mein Ufer gibt es auch so ein Laden Aber ich weiß nicht wo Wie heißt der denn? China Restaurant oder was? Asiamarkt Ja, safe gibt es sowas, Tigger Ja, bestimmt Muss ich mal gucken Ich hab richtig Bock drauf, Tigger Aber ich hab irgendwie Angst Dass sie nicht schmecken Dorn sei aber ehrlich Sind die krass oder zu krass? Am Ende sind die nur so ein bisschen krass So, Quatsch sind die am Ende Weil Dorns Geschmack sind Das ist auch nicht das wahre Ah, Takuma Waaay Ist davon nett genug Wetten doch Küsst du Berkley Berkley Ah Okay Ich hab ne bessere Idee Was für eine Mucke wollt ihr hören, Jungs? Kann ich immer auf ARK 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 Halt echt? Was für ne Mucke? Von der süßen Maus wurde es gesungen oder was? Was ziehst du Maus? Tukuma Waaay AP Okay Okay, du Toren Freut mich Wer die Ehrliche Meinung Für den ehrlichen Senf So, ich hab AP zocken Schreib mal in die Kommis AP könnte ich Auch zocken natürlich Dementsprechend Alter Wieso bin ich so schnell Dividiert immer Okay Juhu Digga, sag mal weggehen Ja, Junge Stehen die alle wie Opfer Da so rum Hör mal nösch Ok Moin WTF, Digga Wie schnell warst du hier Wie schnell warst du weg Und wie er da Ja, warum kommt CJ nicht rein? Was ist los bei ihm? Also Der Homie hier Kommt er nicht rein, Digga Aber wusst du was? Du, und soll ich AP zocken? Schreib mal rein Vielleicht noch dann wieder Der ja gay Was bist du für ein gaylord, Digga Kann ich mitzocken? Eventuell Wenn du Bock hast Ja, was zockst du denn? Ja 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 Wie viel mitzocken eigentlich? Ja Ich muss dann kurz zeigen, wie der Meister ist Alles klar Ah Kein Bock mehr Fick dich du an, du Hau-Bombe Ich bin Ich bin Ich bin Ja Leid Ja Ja Vielen Dank.